Hallo Freunde, jetzt willkommen zurück bei mir, jetzt willkommen zurück bei Planet Crafter und jo, ich weiß gar nicht mehr wo wir stehen geblieben, die waren hier irgendwo ne, unfruchtbar bis blauen Himmel, 4,8% haben wir schon, läuft, so, was ist denn als nächstes angesagt, was brauchen wir denn, wir konnten ruhig nochmal wieder so ein Dingsbauerer bauen, ja, eine Heizung, was wir immer brauchen ist, datieren Silizium, Silizium, das ist mal Silizium suchen, wir brauchen immer Strom geht immer, Strom, ne, Strom geht immer, Silizium, komm zu mir mein Freund, äh, Titan, nein, Eisen, ich muss noch etwas lauter machen, ich höre nicht viel gerade, ich glaube, mein Kopfhörer geht langsam im Geist auf, aber nicht, dass sie irgendwann, äh, dass ich eine Aufnahme machen, bäh, und plötzlich, äh, kein, keine Sprache mehr da ist bei euch, das wäre, äh, ziemlich nicht so gut, also, das wäre nicht super, das wäre super schlecht, so, da haben wir mal einen Strom hier, damit hier gar nichts passiert, hier, bisschen, hier, so, Strom, zack, so, jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn unsere Aufgabe, er schafft einen blauen Himmel, also, ja, das, äh, ist ja einfach, so, was haben wir denn hier noch, jetzt haben wir einen Monitor, hier, ja, hier mit der Heizung, ja, hier, jetzt, äh, nicht so richtig weiter, ne, hier haben wir auch zugebaut, ah, was können wir denn noch, ähm, Energieverbrauch, komm mal hier, Silizium, Magnesium, den bräuchten wir auch mal, das wollen wir mal wissen, ne, was wir so an Energiereserven haben, Silizium, Magnesium, Silizium, Magnesium, da ist auch so was, Silizium, na, das ist Magnesium, na gut, ja, nehmen wir das, doch hier oben mal, äh, hier oben war, äh, Silizium, so, dann gucken wir mal, siehst du, jetzt können wir auch diesen so einen Monitor bauen, und trinken müssen wir auch mal wieder was, davon aber Eis, nimm mal ein Eis mit, bring mir mal ein Eis mit, ja, welche Sorte, egal, Warnung, ah ja, ich hab doch gerade gesagt, hier, ich brauch Eis, hier, mach mal was, danke, trink einen, trink doch einen mit, stell die Schnitt so an, so, ja, jetzt brauchen wir hier, was hab ich gesagt, den hier, ja, genau, hier, bauen wir, stellen hier hin, hier, so, auch so, wie wir sehen, den Leuchtfeuer, Leuchtfeuer ist geil, so, was haben wir denn hier, wir haben einen Überschuss von 10,5 Kilowatt in der Stunde, okay, dann machen wir mal ein Leuchtfeuer, Leuchtfeuer ist gut, weil Land finden wir immer, unser Ding ist wieder, von überall, Titan, Silizium, Aluminium, gucken wir mal, Aluminium, Lithium, Titan, einmal noch Titan, bitte, hier ist ja nicht viel los in den Kisten, da, Titan, 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 das machen wir doch gleich, so, weil dann, ne, äh, genau, wenn wir das nämlich haben, dann können wir nämlich ohne weiteres sagen, hier, wir rennen mal irgendwo hin, und dann finden wir nämlich jederzeit unsere Station wieder, mit so einem Leuchtfeuer, genau, so, am liebsten möchte ich das ja oben drauf stellen, oder so, kann ich hier hoch? Äh, nein, hoch halt, lass mich doch mal da hoch, ach, manche, Eisen, Eisen, kann ich ja wieder abbauen, muss ja nur einmal da hoch, ja, da, stellt er hin, das ist zwar, naja, egal, so, Leuchtfeuer, wo bist du da? Ja, stell hier hin, siehst du wohl, so, und jetzt aber immer ein Zeichen, so, wir machen das mal grün, grün ist die Heimat, so, grün, da war, noch ein bisschen mehr, so grün, noch grüner, grün, so, ja, so ist super, alles auch super, ja, alles auch grün, alles super, hopp, aber dann machen wir den nicht wieder weg, so, dann gehen wir mal rein, und dann müssen wir mal unser Essen hochholen hier und so was, äh, genau, da ist nichts drin, da ist Essen drin, was haben wir denn hier noch, so, 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 okay, ja, das Eis, da habe ich gesagt, da gibt es Trinken raus, ne, wir haben drei Luft, schon mal, machen wir noch eine, ein Trinken hier, ruhig, das spielt doch keine Rolle, wir haben doch, hier, so, das ist alles über, ich wollte mal nach unten, nach dem, nach dem, zum alten, zu der alten Dinge ziehen, jetzt wollte ich doch mal hochgeholt haben, was wir da noch haben, da tode ich jetzt mal, obwohl wir gar keinen Platz haben für den Scheiß, ne, müsste ich eigentlich erst eine Kiste bauen, wo ist denn das Ding, da war doch hier irgendwo, oder, da, da, wir haben noch und dann, so, Freunde, ich komme, da werden wir ja auch aufgefüllt, sehr gut, sehr gut, sehr gut, so, dann holen wir das erst mal hier raus, was wir hier noch haben, so, hier sind wir noch, ah, siehst du wohl, alles mir, alles mein, danke, äh, und da haben wir jetzt dieses Leuchtfeuer, das haben wir jetzt immer auf der Karte, oder in der Gegend, egal wo wir sind, wir wissen immer da, wo das grüne Ding ist, da ist unsere Heimat, da ist die Heimat, da bin ich zu Haus, nehm mal Wasser mit hier, und vielleicht noch hier, Dinge, ich will zum Luft holen, die Dinger, hier und Wasser, Wasser, super, ich immer Wasser, nehme ich immer ein bisschen mehr mit gerne, weil, naja, wir haben ja hier, der die Atmosphäre, und irgendwann kommt ja auch im Blick, da gibt es kein, kein Eis mehr, weil die Atmosphäre so warm ist, ich meine, da sind wir noch weit von weg, aber, es wird kommen, da gibt es plötzlich kein Wasser mehr, äh, kein Eis mehr, und dann wird es schwierig, Wasser zu kriegen, da gibt es zwar hinterher so ein, Wasser Teil, wo man Wasser mit herstellen kann, aber, ich weiß nicht, ob der direkt im Anschluss ist, oder auch nicht, dass wir da plötzlich einen Engpass haben, was ich meine, so hier, mach mal hier, genau, hier nochmal, und hier, nochmal Wasser, und nochmal Wasser, wenn es geht, jawohl, dann müssen wir mal ein bisschen, auf Erkundungstour gehen, ja, hier ist alles voll, das ist super, das ist ja super, hier, die können wir uns auch noch wegtun, da rein, die auch, die auch, ach so, Wasser wohl, das ist ja eh, jetzt halt drei, reicht ja wohl, oder, da gibt es wohl, so, dann lassen wir mal gucken, was wir bauen können, was wir noch gar nicht haben, das wäre mal interessant, hier haben wir, das haben wir, Strom haben wir auch, die Monitore haben wir auch alle, ja, können wirklich mal gucken gehen, ob wir irgendwo was haben, wie sieht es denn hier aus, 8%, ja, das ist eine Sache, jetzt müssen wir einfach ein bisschen, ein bisschen warten, wir gehen mal rum, vielleicht finden wir ja noch irgendwo, ach, wer weiß, vielleicht finden wir ja irgendwas, irgendwas werden wir sicher finden hier, und wir gehen mal dahin, da wo das, so am Rieseln ist, ich sammle jetzt extra nichts ein, weil, because, ne, ist ja klar, ne, wenn ich was finde, will ich da doch einsammeln können, das nutzt ja nichts, wenn ich jetzt hier hin renne, und komme jetzt voll in Taschen an, so, mein Gott, das sind ja, da kann man ja hier, kann man ja Screenshots machen, ohne Ende, wenn man so unter uns, ne, herrlich, ehrlich, so, so, guck mal hier, wie geil, ohne Öle, sehr geil, eine Öle, eine Öle, eine Öle, gibt es mal was neues, Titan haben wir draußen auch, da haben wir hier noch, Magnesium, das Blaue haben wir draußen auch, Kobalt, was gibt es hier noch, weil es satt, weil es satt, weil es satt, Aluminium, guck mal, hier, hier, hier wächst Aluminium, guck mal, oh, guck mal hier, und hier noch wächst, guck mal hier, Iridium, Heizung, Heizungssteine, und heiß gibt es hier auch, das ist ja sehr cool, guck mal, guck mal, guck mal hier, hier wächst, oh, Iridium, wie geil, ist das, und ist das, Eisen, okay, Aluminium, Aluminium, Iridium, ja, wir können Heizung, warte, Moment, Moment, so, hier hoch, hopp, spring, noch mehr Aluminium, Aluminium ist echt geil, Aluminium brauchen wir echt viel, guck mal hier, wie geil das hier aussieht, wie geil das hier aussieht, Iridium, naja, nimm hier, wie glaube ich hier, noch ein paar Iridium könnte ich schon noch, ne, und Aluminium auch, und das, Magnesium, der, das wächst im Hall, da muss man den roten nehmen, oh, ich glaube, das reicht lange, und da, seht ihr den grün, da in der Richtung, und da ist unsere Basis, sehr geil, sehr geil, nur ein bisschen Aluminium, nehmen wir auch noch mit, und hier, hier, hier ist zu, da brauchen wir, wir haben bei 100 NK, schmilzerding, okay, aber jetzt noch nicht, da müssen wir halt ein bisschen heizen und warten, wenn ich satt, Eis, nehmen wir mit, Eis, kann man immer brauchen, Iridium, naja, jetzt wissen wir ja, wo dies, also von daher, ist jetzt schon okay, so, Aluminium ist ja auch noch, wenn wir Aluminium brauchen, da, ich habe immer, war noch ein Sauerstoff, die, ah, guck mal da, neue Sonnenkollektoren, sehr gut, aber das ist mal eben hier, so, wir sind ja fast voll, den Sauerstoff haben wir jetzt zwei gebraut, dann nehmen wir mal noch welche mit wieder, so, hier, so, hier, nein, was eine Wüste, was eine Wüste, was ein wüstiges Gelager, da sind wir hier drauf, da sehen wir ja mal was, Wahnsinn, Wahnsinn, Freunde, was ist denn das da, was ist das, das sieht doch auch aus, wie ein Raumschiff, oder, ah, Exoskelet, ein neues, müssen wir auch noch bauen, da, gehen wir mal zurück, willkommen, willkommen, was soll, ja, mein Gott, ja, dann trinken wir auch noch, was sagt, ist ja gut, oh, jetzt aber, jetzt müssen wir nur zu dem grünen Ding rennen, willkommen, willkommen, also neues Ding, kriegen wir machen, ne, Exoskelet und neue, Sonnenkollektoren, dann schauen wir uns das mal an, was wir dafür brauchen, die machen auf jeden Fall mehr Strom, und dann, neuer Sauerstofftank, ah, wie geil, alles neue Sachen, super, schnell rein, da Luft holen, so, machen wir ein bisschen Platz irgendwo, nein, hier ist noch ein bisschen Platz, hier, dann sind wir noch ein bisschen da, wo raus schmeißen, hier, alu rein, so, naja, so, dann machen wir uns mal hier noch zwei, so pullen, wunderbar, ich glaube, wir brauchen noch mehr Kisten, ich glaube, ich komme mit den Kisten einfach nicht aus, ich muss einfach hier noch Kisten, zum hinwerfen, hier, schmeiß rein, das Zeug, genau, wasser, ah, das Wasser kann man ja jederzeit schmelzen, so, weil da mit den Jungen zieht noch ein Wasser, ja, dann machen wir noch ein, so, einmal Wasser bitte, danke, so, jetzt muss man es mal angucken, wir da mal den hier, äh, neue Luftding, Eisen, Titan, Silizium, Magnesium, Aluminium, das ist doch gar kein großes Thema, der Sauerstoffgeräte haben wir, Eisen, Titan, Silizium, Magnesium, Aluminium, okay, Eisen, Magnesium, äh, Aluminium, Titan war noch, ne, habe ich gerade nicht, äh, ja, 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 ich gucke mal, Moment, im Kuchen, so, Titan, Silizium, brauche ich noch, Titan und Silizium, Titan und Silizium, Titan und Silizium, ja, wo ist ein ganzer Titan, hier schon war da so viel, ja, Silizium, und Titan, bitte, Titan, einmal, Titan, jawohl, so, dann machen wir gleich den neuen, dann haben wir den schon, mal den neuen Sauerstofftank, was haben wir jetzt, 200, dann kommen wir noch weiter, das ist geil, das ist ja geil, dann kommen wir noch weiter, so, dann lass uns den, äh, den mal ablegen, wo ist er denn, da, so, dann machen wir uns 9, ist er doch, ne, jawohl, jo, ja, damit, anlegen, 280, so, die Schuhe haben wir, T1, wir brauchen T2, war doch schon da, irgendwie oder nicht, ach, da brauchen wir die Superlegierung, ja, ja, hmm, und man ist satiert, T1, T2, Titan, Silizium, Magnesium, Magnesium, Aluminium, also Aluminium, haben wir hier drin, das weiß ich, irgendwo hier, Aluminium, haben wir hier drin, da, Aluminium, toll, den Rest habe ich alles komplett vergessen, äh, Silizium, Titan und 2 Magnesium, Silizium, Titan, alles nur Stein hier, bezahlt das mit die Kometenwirkung, nein, da ist Magnesium, da sind nur Steine, Titan, Titan, Magnesium, hallo, aber wir haben hier jetzt noch mehr Luft, stimmt hier, Silizium, Eisen, stand da nichts von, nö, Titan, hier, Titan, Titan, und Magnesium, habe ich Magnesium schon, ich nehme auch noch einen mit, habe ich schon wieder vergessen, naja, so, ja, das ist super, guck mal, 280, guck mal, jetzt können wir schon richtig, richtig lange unterwegs sein, das ist gut, das ist gut, da können wir mal ein paar Ausflüge machen, sehr gut, ach, und Sonnenkollektor, den neuen, wollen wir auch noch bauen, machen wir auch, so, was habe ich jetzt hier gebaut, das hier, oder, ja, jetzt brauche ich noch das alte, das alte, das alte, ja, oh, hallo, und ich muss das alles, will haben, hallo, mein Rucksack, ich habe gar nichts aufnehmen, nein, da habe ich alles dafür, ja, nein, wo ist denn das alt, ach, da, ach, was habe ich denn hier drin, hier, da muss jemand raus, du musst weg, so, jetzt, alles verloren, weil ich denn hier, nee, naja, so, jetzt aber, jetzt muss es gehen, oder, ja, jawoll, so, anziehen, ach, mein Gott, ey, so, jetzt aber, jups, können wir alles wieder aufsammeln, Rucksack, danke, dann sind die noch rumgeflogen, alles, wo war das denn, 100, was war das, Kommunikationsantennen, wird es hier los, mit vielen Dachen, oder, hier, der, und der, so, und der, habe ich jetzt alles, ich hoffe, hier drin kann ich nicht, ich kann ich nur so sortieren, okay, das ist ja super, äh, wo ich ihn sagen, ich hoffe, ich habe jetzt alles hier, so, Abbau, Anbau, Licht, den Beschleuniger habe ich, als Klett habe ich, den habe ich, so, war jetzt noch irgendwas, was ich neu kann, äh, den habe ich, ne, T3 habe ich, das sind die 280, jawohl, den habe ich auch, den habe ich noch nicht, Mikroschip 1, Silizium und Superlegierung, aber das ist mir keine Superlegierung, wer hatte ich, das will ich nicht, den will ich lieber hier für haben, ich brauche noch eine Superlegierung, damit ich noch schneller laufen kann, das ist, äh, Fakt, so, achso, wir wollten ja Dings bauen, ja, genau, ich komme schon wieder ganz raus hier, so, was ist denn hier neu, hier, was ist das denn hier, Kommunikationsantenne, empfängt Übertragung aus dem Weltraum, in Verwendung mit Übertragungsbildschirm, achte, das Übertragungsbildschirm, okay, aber wir bauen erst dann, so, was brauchen wir denn, Eisen, Magnesium, Silizium, Kobalt, Kobalt, Aluminium, Aluminium mal hier drin, irgendwo, äh, auch nicht mehr, jetzt, äh, ach, wir haben ja noch eine neue Kiste, ja, 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 hier ist Aluminium, Aluminium, toll, einen habe ich mir gemerkt, super, Eisen, so, Magnesium, Magnesium, nee, Magnesium, Silizium, Kobalt, Kobalt, Magnesium, Silizium, Kobalt, Kobalt, Kobalt ist immer einfach, hier, kennt man leicht, Magnesium, Silizium, da unten ist Magnesium, da ist Silizium, Kobalt, Kobalt, so, Silizium, Magnesium, da steht auch um so ein Hütchen, so eine Bischofsmütze, so, jetzt müsste man das eigentlich bauen können, Jo, sehr schön, so, dann bauen wir mal ein, dann müssen wir hier, den können wir auch mal einen neuen Bohrer bauen, und so was, Doppelbett, äh, so, hier, warum hier einfach irgendwo hin, hier, bitte schön, jawohl, mhm, brauchen wir uns schon wieder essen, noch trinken, ich sehe schon, oh, ich komme, so, essen, trinken, trinken, äh, trinken, essen, sehr schön, so, du kommst rüber, wunderbar, resultiert nicht anders, na gut, äh, was wollte ich denn sagen, kommunikation, ach so, ich wollte noch einen Bohrer bauen, ne, Eisen, Titan, Titan, dann machen wir mal zwei Bohrer, ne, dann haben wir mal ein bisschen, Urra geht hier, Titan, Titan, vier Titan, zwei Eisen, da wäre ja schon was, Titan, hier noch mehr, was ist denn das, Eisen, super, noch mal Eisen, na, ne, mach auch mit, na komm, so, noch mal Eisen, Titan, Titan, noch mal Eisen, bitte, Elitium, nehme ich auch mit, wie immer, wo bist du, Eisen, Titan, toll, aber ich brauche Eisen, das ist auch wieder Titan, oder, natürlich, guck mal, wie lange wir jetzt laufen können, und immer noch keine Probleme, Elitium ist auch super, aber eigentlich brauche ich Eisen, das ist auch schon wieder, das Silizium, das auch, das auch, da ist Eisen, da ist immer zu, so, ich wollte zwei Bohrer bauen, ne, machen wir das auch, hier, bohren wir hier, zack, T2, um, noch ein, so, äh, was, was rauscht hier so, lass mal gucken, was unsere Stromreserven sagen, ach so, dieses Kommunikationsding, wollten wir ja noch mal gucken, erst mal gucken, was unsere Stromreserven sagen, äh, 90,8, lass uns mal noch einen großen hinstellen, noch ein großer, da, Eisen, Magnesium, Aluminium, Kobalt, Kobalt, Aluminium haben wir hier, so, Eisen, Magnesium, Kobalt, 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 aber wir brauchen keine Luft, wir können nicht weiter weg, mittlerweile, wir brauchen überhaupt keine Luft, sehr gut, sehr gut, Eisen, noch, Magnesium, wo ist das Tütchen, da, Magnesium, jawohl, so, dann stellen wir gleich noch eine oben hin, damit wir hier nicht in Stromschwulitäten kommen, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, hier, so, wunderbar, so, ja, dann würde ich sagen, wir laden noch mal unsere, unsere Luft auf, und dann gehen wir mal ein bisschen rum, irgendwo rum gucken hier, die eine Höhle haben wir ja jetzt entdeckt, jetzt trinke ich erstmal einen Schluck, Moment, so, was hatten wir hier noch, also, das Ding wollte ich nochmal bauen, aber naja, das ist ja nur Kommunikation, das Bett ist nur, das hat noch keine Funktion, soviel ich weiß, und sonst fehlt nichts, sonst haben wir alles, ne, Luftding, da könnten wir auch noch so mal einbauen hier, haben wir denn noch was, was da reinkommen, ach ne, wir gehen jetzt erstmal gucken, vielleicht finden wir ja mal irgendwo noch eine Kiste, wir gehen mal in die Richtung, da in die Bergrichtung, ist ja egal, wir finden ja, mit dem grünen Ding, wir finden ja immer wieder, da oben haben wir auch noch Kisten stehen, ne, naja, wir gehen mal gucken, was wir hier so haben, ich hab Luft, hab ich dabei, ne, ach, drei Stück, so, sonst hätte ich jetzt gesagt, ich nehm mal alles mit für so'n, für so'n Rettungsraum, aber, naja, da liegt ja alles überall rum, so, dann schauen wir mal, was ist denn hier los, bei diesen dat hier, bei diesen hier, dat, dat ist so, so, da kommt man drüber, da kommt man doch leicht drüber, da gehen wir nochmal dahin, so, pop, 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 ha, baucht sich gerade alles auf, was ist denn dat da hinten, ach, dat ist auf dem Planeten da, der weiße Fleck, aha, 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 da haben wir ihn hier noch, dat wird doch hier sicher mal, dat wird doch sicher irgendwann mal aus, so'n, so'n Wasser Ding, oder, oh, was ist dat, was ist dat denn, was ist denn da, was ist denn da, da, was ist dat, das sieht aus wie eine Kiste, das sieht aus wie eine Kiste in Gold, oh, öffne goldene Kiste, was ist denn hier drin, oh, komm hier, ah, wir können sich schlug machen, wo das dat, Uranstab, da brauchen wir nur bestimmt mal, für diesen, für diesen Ding, ins Neu-Maschinen, für diesen Reaktor da, 300%, oh, da lohnt sich ja wirklich, goldene Statue, okay, 600%, wow, oh, die kann man sich ja auch abbauen, oder, Aluminium und eine Superlegierung, ist da noch drin, heißt da, wir können uns die Schuhe machen, dann lass uns doch mal zurückgehen, dann lass uns doch mal eben die Schuhe machen, bevor wir hier wieder weiter rennen, dann sind wir noch viel schneller unterwegs, wie schneller, wie schneller, das ist der falsche, da muss so lang, da ist der grüne Ding, rennen schneller, ah, dann sind wir ja noch schneller, das ist ja super, ja, warte, Moment, danke, oh, und ich kann mir die Schuhe machen, wo ich nehme gleich zwei von den blauen nur mit, dann kann ich die Säuerstumme laufen, den ich gerade hier rausgeholt, äh, 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 ach so, aber umstellen, hier am Rad drehen, ich muss am Rad drehen, sonst baut der nicht ab, so, aber da müssen wir die Schuhe machen, wie geil, wie geil, und eine goldene Kiste, ah, wie geil, weil es nicht alles gibt, so, ja, 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 ich komm, so, Schuhe, Stopp, Stopp, äh, ja, daran könnte es scheitern, Stopp haben wir oben, ne, an den Kisten, ja, ach, komm ich jetzt, äh, und hiervon wollte ich auch noch einen bauen, 600%, und was ist das, das ist doch hier nur, Pilipalle, oder, ich lasse die mal hier, die sind wertvoll, die will ich schön hier, die muss ich nicht mitnehmen, wenn ich jetzt den Stoff hole, so, dann mach ich mir noch einen Sauerstoff, nehmen wir noch mit, haben wir hier wieder voll, was sagt die Uhr, 29 Minuten, dann rennen wir noch mal darüber, zwei Stoff, ich meine da oben wäre noch Stoff drin gewesen, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ist das denn da auch eine goldene Kiste, oder scheint ja nur der Sand durch, jetzt, jetzt wird er jetzt, dreht er durch, er sieht ja überall goldene Kisten, wenn man, dann nicht, dass noch eine, ich weiß es nicht, nee, da war nur der Sand, schade, oh, oh, wie schade, goldene Kiste, wie geil, wie geil, wie geil, ich brauche zwei Stoff, ich hoffe, das war hier mit dem Stoff, aber ich meine ja, ich meine ja, und dann können wir noch so ein Luftding bauen, mit 600 Prozent, mein lieber Mann, nee, so, da geht es ja richtig voran, da geht es ja richtig, guck mal, was wir am Anfang Probleme hatten, mit der Luft, und jetzt, jetzt bin ich so, ich bin noch ein riesen Umweg gelaufen, so wie ich das sehe, so, Stopp holen, aber ich kann ja den Rest auch noch mitnehmen, das ist ja noch mehr Zeug gewesen, da kann ich das hier auch noch mitnehmen, und stehen mir halt noch ein paar Kisten, denen ist ja egal, irgendwann kommen Schränke, dann kann man alles schön vernünftig aufräumen, hier ist auch so eine, guck mal, hier ist auch so eine, und die ist schon geschmolzen, nee, die ist noch nicht geschmolzen, da, guck mal, heute ist es satt, da ist ja was anderes, schon wieder was Neues, da ist ja was Neues drin, das will ich, man braucht das will ich, verdammt, erst mal hier rein, erst mal Luft holen, so, ja, ihr Lieben, ob ihr wirklich stoppt ist, sehen wir beim nächsten Mal, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ihr seid dann nächstes Mal wieder dabei, bei Woppa Helmi und bei Planet Crafter, und mit seinen neuen Schuhen in der nächsten Folge, macht's gut, bis dann, tschüss.